Wundervoller Tag heute, nicht? Wie alt ist sie? Es ist ein Ehren. Oh, Verzeihung. Wie alt ist sie? 14 Monate. Oh. Was für ein süßer kleiner Kerl. Hi, na du? Was bist du für ein süßer kleiner Kerl? Er hat wunderschöne Augen. Na komm, Max, wir müssen nach Hause. Ich finde nur, ich liebe den Park. Ich meine, weil es hier so... Es ist so... Oh, so Gott. Ich will doch nur... Ihr könnt mich doch alle!